Musik Joggen ist super, vor allem jetzt, wo der Frühling endlich wieder da ist. Aber etwas fehlt mir. Musik für die Ohren. So, jetzt bin ich bereit. Und schaue ich das rein, habe ich gar keinen Hosen-Sack. Gut, dann machen wir es so. Ah, nein, das ist mir recht unbequem. Könnt ihr so einen Rucksack rein tun? Ah nein, das ist saunpraktisch. Aber es gibt noch dritte Möglichkeit und die zeige ich euch jetzt im Blickblick. Um eine Handyhalterung für euer Telefon zu basteln, braucht ihr eine Socke und eine Schere. Bei den Socken muss man jetzt einfach den vordere Teil wegschneiden. Dann legt ihr das so an. Einfach über den Arm rüberziehen. Und den unteren Teil so hochstülpen bis zur obersten. Dass es hier unten zu ist und oben dran offen. Und dann kann man jetzt einfach da rein das Handy rein so. Das Handy hält perfekt und ich kann jetzt joggen. Musik 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 Musik